Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis Card 1210. Ich begrüße euch zu einer News. Es ist wieder Humble Bundle Zeit, denn diese Seite verschenkt uns den Steam Key zu The Darkness 2. Ein richtig geniales Spiel, Freunde. Ihr habt dafür Zeit, einen Tag, 23 Stunden, 22 Minuten und 34 Sekunden, also gerade wo ich das Video aufnehme. Also die nächsten zwei Tage könnt ihr euch den Key sichern. Dann natürlich müsst ihr einen Humble Bundle Account haben und dann hier Add to Card. Ihr wisst, normal kostet das Spiel 29,99 und wir schauen uns ein paar Screenshots an. Ja, die zwei fangarme, Freunde. Ein richtig geniales Spiel. Ihr seht, die Grafik sieht richtig geil aus. Ein sehr, sehr netter Shooter, Freunde. Also das Spiel, sicherer das Spiel, bevor die Zeit abläuft. Jo, und ja, Freunde, dafür geht ihr auf HumbleBundle.com, loggt euch ein und dann Add to Card und dann habt ihr das Spiel für euren Steam gesichert. Das war die News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Levis Card 1210. Abonnieren, kommentieren und Daumen nicht vergessen. Bye, bye. Bye, bye. Untertitelung. BR 2018